Und auf geht's ins nächste Kapitel. Alte Freunde, das spielt nach den Ereignissen bei den Navajo. Jodie. Meine little princess. Oh, let me look at you, girl. Oh, my God, what a beautiful young woman you've become. Just as pretty as ever. A little sad and lost. Like the first time I saw you. Oh, I can't even imagine how much I missed you. And how's Aiden? Oh, yeah. Good to see you too, buddy. Walk with me? Oh, yeah. I was worried. I'd be looking for you. I had to run away. I mean, I had no choice. Did you tell anyone that I called you? No, of course not. It was only possible once the Army got involved. What I talked to you about? Did you find out anything? When the day you were born, a woman named Nora Gray had a child in the D.P.A. Hospital. Her child was declared stillborn. Where is Nora now? She was interned in a psychiatric hospital just after she gave birth. According to her file, she should still be there now. My mother's locked up in a mental hospital. I'm sorry, Jodi. I've got to go see her. Jodi, I know how you feel, but she's in a mental hospital. You might not get the answers you're looking for. I'm not looking for answers. I just need to see her. I mean, don't you understand? She's my mother. If I could look her in the eye, I could find out who I truly am. Jodi. She's in a high-security D.P.A. facility, and you're wanted by every law enforcement agency in the country. You won't be able to walk right in. Nothing's going to stop me from seeing her. You've taken a huge risk of helping me. Thank you, Cole. You didn't think I was going to let you go alone, did you? I don't like it, Jodi. No guard on gate. Empty parking lot. Something doesn't feel right. No guard on gate. I'm not back in 30 minutes. Just go. Girl, I didn't come here to wait in no car. Cole, Cole wait. Okay. Okay. Das war so klar. Das hätte ich mir jetzt auch nicht anders gedacht. Natürlich kommt er mit. Da bin ich ja mal gespannt. Wir wissen ja auch immer noch nicht, wer unser Vater ist. Also Mutter, okay. Aber der Vater wurde auch noch nicht angesprochen. Na, probieren wir's mal. Ähm, hab'sch keine. Das war klar, okay. Da müssen wir uns also was überlegen. Aber einen hat's natürlich drauf. So, was kann er denn hier machen? Na? Jetzt? Hallo? Ähm. Ja, gut. Jetzt will er. Komisch. Okay. Muss ich mir das jetzt merken oder fahren wir da jetzt automatisch hin? Gut, das scheint alles automatisch zu laufen. Oh, was ist denn los? Was? Also jetzt hakt er gerade tierisch. Was jetzt? Iden. Find a way to open that door. Ja, da haben wir doch schon eine Möglichkeit gefunden. Ja, okay. Den Typen müssen wir also auch erst wieder ablenken. Das kennen wir ja schon. Ja, das kennen wir ja schon von dem Scheichgedöse da und so. Oh, da haben wir aber mehrere Möglichkeiten. Da locken wir ihn mal ganz weit weg. Na, erstmal warten, bis er da hingelaufen ist. Come on. So. Dann bewegen wir uns mal ganz hurtig. So, was haben wir denn hier? Sieht nach so einer Cafeteria oder so einem Offenhaltsraum aus. Ja, aber was? Okay. Na, hier ist zwar was an der Wand, aber da kann ich nichts mit treiben. Hier ist auch nichts. Hier ist nur Tischtennisplatte. Aber auch sonst nicht sehr viel mehr. Oh nein. Auf Videokameras möchte ich jetzt bitte nicht auftauchen. Das wäre jetzt nicht so prächtig. Ähm, ja. Schön. Und jetzt? Ah, da vorne sitzt doch einer. Der sieht interessant aus. Komm mal her, mein Freund. Shit. Okay, wir müssen ihn irgendwie... Ach, jetzt können wir die Stühle und Tische hier irgendwie bewegen. Jetzt müssen wir ihn so ein bisschen ranlocken. Das hat ihn aber noch nicht wirklich beeindruckt. Nochmal? Immer noch nicht? Ja, ähm... Hallo? Ey, sieh da! Aufwachen! Kann ich hier noch irgendwas treiben? Einen Alarm oder so? Aber die Stühle und Tische sind das einzige, was ich bewegen kann. Ach nee, jetzt ist der junge Mann aufgewacht. Natürlich! Three times the charm, oder was? Haha! So, dann können wir mal hier aufmachen. Oh, ist aber nett. Äh... Okay! Haha! Das ist ja schon ein bisschen fies. Sich da selber in die Wall zu stürzen. Boah, was sind wir... Was sind wir böse? So, die Karte sollten wir vielleicht mal mitnehmen. Die könnte uns noch nützlich werden. Jetzt müssen wir nur den Raum finden. 43 war das, oder? Okay, das hat meine Frage beantwortet. So, ich will erstmal die Videokameras hier... ...vertüdeln. Ah, shit. Ich komm nicht ran. Cole, jetzt renn doch nicht so weit vor! Mensch! Junge, wir sind doch auf den Kameras! Er ist ja schon ziemlich mutig hier. Und obwohl die Kameras gucken jetzt alle nach da, wo wir eigentlich hinlaufen. Ich hoffe, die haben wir jetzt wirklich ausgeschaltet und die sind jetzt nicht noch an und... ...zeichnen uns noch irgendwie lustig auf. Da haben wir die 40. Ah, Kamera! Ich hasse das! Okay, ich glaub dir ja, dass du es gefunden hast, nur... ...das Problem sind doch die Kameras. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwas bringt. Jaha. Ob wir die jetzt wirklich kaputt machen müssen? Aber ich mach's einfach mal. Sicher ist sicher. Okay. Ah, verdammt. Ich kann noch nicht mal hier... ...gucken. Oh, doch. Das sollte ich. Okay, ich glaube, wir haben sie gefunden. Das erinnert mich auch wieder total an Heavy Rain. Da gibt es ja auch... ...eine Szene im Krankenhaus. Hallo. Okay, die ist irgendwie in einem Koma katatonischer Zustand. Scheint gar nichts mitzubekommen. Ich bin deine Daughter. Ich bin deine Daughter. Ja, aber gerne doch. Sekunde. Wie? Ja? Abergäste. Abergäste. Ja? Ja. Ich bin dir das nicht sicher. Zack? Let's take care of everything. It's for the best, you know that. That's my baby! Bring her back! I've changed my mind! I want my baby! Sit down here quickly! Please! I want to see her! Please, please, let me see her! I want my child! Please, let me see her! She may develop some special abilities. Let us know as soon as anything unusual happens. Decrease the dose. Make sure she never regains consciousness. Boah, was für Drecksäcke! Das gibt's ja gar nicht. Und ihr beide Eltern waren begabt. Also ihr Vater war wohl auch jemand Besonderes. Das ist so cool. Das ist so cool. What, Iden? What are you trying to show me? Woah! Destroy this thing, Iden! Destroy it now! Okay! Okay! My little girl! My little girl! My little girl! I was so afraid I would never see you again. I've missed you so much, Jodie. I've missed you so much. What happened? What did they do to you? What did they do to you? The drugs they gave me. Trap me in this hell. There's nothing. Nothing I can do. Just wait for it to end. I'm gonna get you out of here. I'm gonna help you. It's too late, Jodie. I love you more than anything else in the world. Nothing will ever change that. Mom! Mmmmmmmmmmmm Sh... Scheiße! Okay. Und jetzt? Können wir nichts mehr tun? Aber wie gesagt, die Szene erinnert mich auch sehr an Heavy Rain. Okay, wir können also noch bleiben. Gucken, vielleicht kann ich mit Aiden noch irgendwas tun. Ah, ja, ja, ja. Dann erlösen wir sie mal von ihrem Leiden. Okay, das ist scheiße, aber sie wäre sowieso nie wieder aufgewacht. Ja, mehr als jetzt auf Wiedersehen zu sagen, können wir hier auch nicht tun. Fuck, jetzt haben wir sie gefunden und gleich schon wieder verloren. Oh, shit, das gibt's doch nicht. Wieso sagt er einem sorry? Hat er sie verraten, oder? Hä? Hä? What the fuck?